hallo freunde willkommen in diesem video will ich euch mal wieder ein tool hier zeigen der sehr nützlich sein kann finde ich zumindest und hoffe ihr auch das tool ist kostenlos und open source und auch sehr einfach nur handhaben und zwar es hilft uns wirklich sehr wenn wir nach änderungen in der windows registry suchen oder nachforschen wollen oder vielleicht müssen genauer gesagt wenn wir beispielsweise ein neues programm installieren oder aber auch irgendwelche einstellungen geändert haben oder ändern wollen ob windows einstellungen oder sonst irgendwelche programm das wird ja immer alles in die registry eingetragen ja die windows registry ändert sich also ständig nun hin und wieder kommt es auch zu unerwünschten änderungen sozusagen und ja oder beziehungsweise wenn wir genau wissen möchten was sich ändert wenn wir zum beispiel ein programm oder ein bestimmtes programm installieren da kommt uns das tool hier regshot direkt zu hilfe und zwar können wir damit ganz einfach mit nur ein paar klicks abbilder von der windows registry machen und diese dann miteinander vergleichen und uns dann eben ratzfratz die änderung oder änderungen anzeigen lassen und wie einfach das geht das werden wir jetzt sehen ja wir machen mal schnell ein beispiel hier das programm habe ich schon heruntergeladen den download link findet ihr natürlich unter dem video bei interesse ich starte das jetzt einfach mal ja die 64 bit version in meinem fall hier unicode als administrator und schon sind wir hier ja die interface sieht hier so aus sehr übersichtlich hier haben wir einmal die möglichkeit die log files hier als html dokument zu speichern oder als einfacher text ich lasse das jetzt ja als text finde ich irgendwie besser übersichtlicher halt und genau hier haben wir doch mal die möglichkeit wenn wir das möchten auch was ich auch super finde eigentlich wir können damit auch ordner ja samt unterordner monitorisieren oder überwachen ja beziehungsweise nach änderungen scannen einfach ordner hier auswählen ich mache mal hier desktop beispielsweise ok und schon wird das auch überwachen wir können hier natürlich auch mehrere ordner eingeben mit semikolon hier getrennt ich lasse das jetzt einfach mal 1 für den beispiel output fad hier wo die log files gespeichert werden sollen ich nehme mal wieder das desktop hier hier haben wir die möglichkeit und ein comment keine ahnung hier wenn wir in den log files oben ja das ist jetzt optional sozusagen genau hier kann man auch mal die sprache ändern ich lasse das jetzt aber mal englisch und hier haben wir first shot genau einfach drauf klicken und hier können wir entweder einfach so für einmal vergleichen einfach nur ein snapshot machen hier ein abbild oder aber wir können das auch speichern wir können dann auch später vergleichen ja ich habe das jetzt mit speichern gemacht das dauert jetzt einen kleinen moment ein paar sekunden das wird es gehen beziehungsweise das abbild erstellt genau das das programm vielleicht noch zu ihm vor das ist portable das muss nicht installiert werden ja und das programm selbst das macht auch keine änderungen in die windows registry vielleicht nun mal so genau hier wo wir speichern keine ahnung snap 1 oder abbild 1 keine ahnung auf dem desktop ok das ist als halbfeil hier gespeichert und jetzt wird gespeichert eben exportiert ok jetzt ist es durch jetzt ist der second shot hier aktiviert der knopf einfach keine ahnung komment 2 ach so beziehungsweise ja wir ändern jetzt mal was hier damit wir überhaupt irgendwie wie machen wir das jetzt einfach hier ein programm installieren ist das ja ok das ist jetzt schon installiert bei mir aber ist egal das wird jetzt es gibt es ein update nicht jetzt mit ok egal zack dann können wir haben jetzt die files auch hier monitorisiert ich erstelle mal ein ordner hier auf dem desktop und eine text datei vielleicht mal zack ok das haben wir jetzt geändert hier damit wir ein paar änderungen haben zum vergleich ok dann machen wir jetzt den zweiten also das können wir machen wie gesagt wenn wir bevor wir ein programm installieren ja dann können wir nachschauen was da genau geändert wurde durch das programm ich mache das jetzt wieder mit speicher natürlich und jetzt wird es wieder gescannt und das zweite abbild erstellt dauert wieder ein paar sekunden bis es durch ist ok jetzt ist es durch wir speichern das als snap 2 würde ich sagen genau auf dem desktop speichern jetzt wird das hier exportiert gespeichert und schon haben wir abbild 1 und abbild 2 jetzt ist der button hier compare vergleich aktiviert und wir klicken einfach mal drauf jetzt jetzt werden die beiden files beide dateien hier gescannt und eben nach änderungen gesucht und wenn das jetzt durch ist dann werden uns die änderungen einfach angezeigt ja das gibt doch genau ziemlich schnell ich mache das einfach mal ein bisschen größer und das ist jetzt unsere log files hier alles textdokument hier ist das programm version tralala hier comments 2 das ist jetzt von genau hier haben wir datum uhrzeit das ist vom ersten abbild vom zweiten abbild hier dann die maschine hier der computer das ist das gleiche jetzt hier und der user und hier sehen wir keys deleted ja also ein schlüssel wurde gelöscht aus dem windows registriert und zwar diese hier zack dann wurden vier hinzugefügt ja die vier hier wurden hinzugefügt also im vergleich zu dem ersten abbild ein wert wurde hier geändert genau dann wurden neun werte hinzugefügt diese hier ok dann haben wir werte die geändert wurden 38 und zwar diese hier ja also wir können jetzt wirklich ganz genau nachschauen und nachforschen was da ganz genau geändert wurde da wurden zwei dateien hinzugefügt genau das ist einmal unser ordner den wir erstellt haben den neuen ordner und die text dateien hinzugefügt und natürlich die log files hier die reif dateien die wir erstellt haben dann wurden hier 35 files deletet das ist aber von ein abbild noch davor weil ich noch ein bisschen rum gespielt habe genau voll dass ein 1 1 1 order wurde hinzugefügt hier unsere neue ordner auf dem desktop und 1 oder beziehungsweise 4 wurden die liebt hier insgesamt 95 änderungen ja also und hier können wir ganz genau nachvollziehen was geändert wurde und waren quasi genau ich fand das so da findet das tool hier wirklich sehr hilfreich unter umstände wenn wir es brauchen halt und wollte euch das auch nochmal zeigen weitergeben in der hoffnung natürlich dass es euch auch weiterhilft ja wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen über ein like freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ja 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 ja